Herzlich Willkommen zu Ein-Informationen, ich bin euer WhoopiLP und ich habe mich jetzt hier über Destiny hervorscht. Destiny ist ein Spiel, das Hatterball hat und da habe ich gedacht, hey, ich mach da auch. Und ja, vielleicht kommt das in den nächsten paar Tagen oder Wochen, weiß man nicht, dass Destiny Let's Player und dann richtig fette Party mache. Also, dass, ja, vielleicht, also, ja, über, über, Destiny, also ich habe mir die ganze Zeit überlegt, alle meine Freunde zocken das und da habe ich gedacht, hey, und dann zocke ich auch und mache ein Spiel draus. Und, bam, ähm, machen wir das. Ähm, noch eine, äh, Idee war, ich mach GTA, also GTA, letztlich, die GTA-Specials sind ganz gut geworden. Und, ähm, wenn, wenn, wenn ihr Rocker, äh, mal, einmal die Kommentare durch, mal schreibt und was, was ihr über das Spiel findet, GTA, ähm, GTA oder, ähm, zum Beispiel, äh, Pro oder, oder, Betriff-Tatline, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr es findet, also schreibt es mal, oder schreibt es mal unter das Video, da richtig geil, ähm, finde, dass ihr mal von euch eine, ähm, Meinung habe, wie das Video funktioniert. Soll es länger bleiben, ähm, einfach mal Kommentar schreiben, wenn ihr gar nichts macht, weiß ich auch nicht, was ihr macht, also, richtig, ähm, schade dann. Und, ich finde, ich finde euch, ähm, 21 Abonnenten richtig geil, richtig geil, ich mach, äh, richtig Spaß mit euch, ähm, mit euch, dieses Let's Play weiterzumachen. Und, ähm, und, ähm, ja, wenn ihr Bock habt, ähm, sagt es eure Freunde, und dann, richtig, ich will, ich will richtig, ähm, fette, fette Community haben, und, wenn ihr mal Lust habt, ähm, ähm, hab ich, mit euch, ähm, mit Partyaki, mit Hatchetball, mit, mit Rapball, mit Nuke, mit OAS Gamer, der, ähm, andere von Ace Gamer, oder wie er heißt, keine Ahnung, ähm, 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 äh, also, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr für das Video spielt, wolltet ihr Disney haben, wolltet ihr was anders haben, habt oder nicht, also, ich sag, ciao, euer Wuppi LP.